so ihr lieben dann mal wieder hallo zusammen der lampe hier von faszination drohne krasses wetter vor zehn minuten war es noch heißester sonnenschein und 32 grad jetzt ist hier ein platzregen runter gegangen so dass ich wirklich mal pause machen musste hier seht ihr noch ein paar pfützen aber der ort hier ist gar nicht so schlecht nennt sich willroder forst hier kann man sicher bestimmt auch die eine oder andere gute kurve fliegen und das werde ich jetzt mal probieren also bis gleich ja WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR